Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja, das ist schwierig. Das ist aber wirklich geil. Was soll ich denn größer sein? Ja, eigentlich habe ich früher nur die Erste gemacht. Obwohl sie es in letzter Zeit haben. Welcher pastiert? Längst. Noch ein bisschen. Nee, aber wie gesagt. Eigentlich immer nur die Erste. Wenn wir in letzter Zeit haben. Nein, ja. Ja, das ist ja immer noch etwas. Das ist ja immer. Nee, aber man kann das nicht jetzt ab. Ja, das ist immer so kaputt. Ja, das kann man mal ausschneiden. Ja, das kann ich denn nicht. Ja, das hat wirklich. Ja, das ist ja gut. Das ist ja gut. Das kann man mal ausschneiden. Ja. Ja, das kann ich denn nicht. Ja, es ist ja immer nur die Erste. Vielen Dank. 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 Das ist jetzt Kiewitz Moor, ne? Ja, das ist Kiewitz Moor. Ja, das ist Kiewitz Moor. Das ist Kiewitz Moor. Ja, 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 das sind Kiewitz Moor. Dann kannst du ja abends nicht mehr machen. Das war schon mal so, was du weißt. Werner, du, das hat der gewesen, der meinte, den ich zu beendet habe. Aber du musst die mit uns, du musst die mit uns aufhören. Also ich steh'n beim Motto. Ja, 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 ja. Norddeutschland So, wir halten gleich den Haltestelle Richtweg an, dort haben wir ein paar Minuten Zeit, der Gegenzug fällt um 10.48 Uhr von Norderstedt raus, das heißt kurz vor 10.47 Uhr müssen wir dann in Richtweg weiterfahren. Das ist natürlich die Wagen, die da war, die wir haben. Der erste Mal hat es nicht so gut aus, aber es ist natürlich auch nicht so gut aus. Der Haltestelle hat sich das am Saal gesehen, wenn man die Hanne hat. Wir haben noch eine Halbesteelle aufgefangen. 10 Minuten sind zu früh, da kann man auch leben. Dich, 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 Dich.